... für die Hundstahner, auch er mit einer rückwärts eng gesprungenen Kieler in Fort. Ja, und auch er hat gesagt, unter einer Minute bleiben ist alles. Da können Sie auch diese Scherzer leisten, nämlich mit 59,19 für die Hundstahner 1, der Essenberger Martin. 59,19. Und der letzte Läufer, der vom Start weggegangen ist, das ist die Nummer 139. Und da fährt er schon ins Ziel ein.